Gut, dann ist es hier schon mal sicher, wenn wir hier wiederum schlafen, ne? Ihr bösen, bösen Creeper! Ja, so sieht's aus. Also gut. Dann bräuchten wir jetzt noch ein paar Fenster. Mal sehen, hier machen wir das mal so. Äh. 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 Ja, mal hier. Nein. Gut, dann so, so, so. 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 Und, ja, wenn sie halt ins... 1.8 raus ist, boah, dann können wir so richtig auf die Kacau, ey. So, mit, äh, na. Alle Narbe juckt. Ich bin jetzt so verlocated hier. Ähm, Moment, müssen wir eben schauen, wie das hier funktioniert. Und... So. So. So, oder so, 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 so. Ähm. Ähm. Ne, Watzel müssen wir was anders machen. Was ist hier das raus? Der muss den Daffel hin. Der kommt zurück. Der muss weg. Der kann man auch ein bisschen was ändern. So. Glas. Äh. 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 Ja. Gut. Dann haben wir so ein Fenster da drin. Können wir noch ein paar Fackeln am Fenster anbringen. Es gibt ja auch so einen Mod, damit kann man, äh, Fenster, äh, Fackeln an Fenstern anbringen, ne? Hab ich mal gehört. So. Alter, das Naturholz. Ach, da ist ein bisschen was da drin. Ich weiß nicht. Ne, wir können es erst mal so lassen, so. So lassen, lassen, so. Äh. Äh. Warte, hier müssen noch ein paar Fackeln hin. Ah, puh. Äh... Äh. Äh... So. Ah, ist wirklich blöd jetzt damit, ne? Ach, na egal. Ist ja auch nicht so verheerend. So, dann können wir die Werkbank hier mal eben rauskloppen. Äh, die basteln wir mal. Hier rein und ja, wir können auch der Schönheit halber eben noch eine Werkbank machen und die dann einfach mal dahin basteln und dann machen wir einfach mal noch zwei Öfen. Huch, nee, so, ach, schau's drauf. Ich hab mir dieses verfluchte Hure hoch angewöhnt. Äh, ich glaub wir nennen ja, ähm, so, acht hier rein. Acht hier rein. Da hab ich jetzt erwerblich erschrocken. Ähm. So, dann machen wir hier mal frei. Huch, nein. Ich bin grad im Überlegen, ob wir nicht viel, ob wir nicht vielleicht, sag mal, jetzt mich irgendwie verarschen. weil, weil, hier, das verarscht mich hier irgendwie grad. Naja, das kommt, man, kommt mit den Fenstern ja nicht ganz so gut hin. Aber na ja. Weil, ach, wir haben hier noch ein bisschen Glas. sooo. So schön hier rein. Die Wolle greife ich mir später. Da musst du noch irgendein Glas rein. Huch. Ich red mich hier wieder permanent drauf. Geh rauf. sooo. Ah, äh, verdammt. Also ja, ich kann euch schon mal sagen, auf jeden Fall, dass, weil schon das Slit Show kommt, und dass ich diese Staffel wahrscheinlich bis, dass ich, bis vorhin streckt sich die denn wahrscheinlich bis Folge 150. Ab dann ist dann die Staffel hier vorbei, und dann kommt eine neue. So, du musst jetzt eben von außen gucken. Nehmen wir hier? Wie das hier am besten geht. Moment. Ja, meine Frame-Retour-Schwindet irgendwie. Moment, dann warten wir eben. So, jetzt geht's wieder. Ich muss hier irgendwie versuchen, was zu erkennen. So. was machen wir dann so. Ich tue mich übrigens immer schwer mit den Fenstern. hier ist nichts mehr. also ich sage euch, äh, wahrscheinlich wird dann Minecraft ein bisschen verzögert kommen, weil, 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 Sonne geht unter. Wir haben ja jetzt vom heutigen Datum noch so vier Tage Zeit, bis dann Minecraft Peter 1.8 endlich erscheint. Aber, 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 natürlich kommen die Folgen nicht alle auf einmal. Das ist vielleicht hoffentlich klar. So, dann können wir hier noch ein bisschen Glas reinbasteln. öh, 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 scheiße. So, machen wir hier noch ein, öh, öh, ne, so, lassen wir mal. O-ke, Tür auf. Glas. öh. Gut, das hätten wir eigentlich schon mal so weit, ne? So sieht es dann jetzt erstmal von außen aus. Was wir jetzt noch eben machen könnten wäre, noch ein bisschen mehr Licht haben. So, so und so vielleicht. So, so. Das finde ich übrigens besonders lustig mit diesen Klötzen in der Mitte noch. Äh, oh, ne, ah, ne, das wollte ich gar nicht. Ähm, mal sehen, Sonic geht jetzt unter... Irgendwann mal ins Inventory geschickt. Ähm, also da oben bauen wir jetzt gleich noch einen Dachstuhl ein. Und wenn die Folge dann hier vorbei ist, hoffe ich mal, dass ich die nächste Folge, die ich aufnehmen kann, dann hoffentlich schon in der 1.8. Nacht ist. Also ich hoffe, er ist inständig, verstehst du? Und hier... Ach, wir haben noch so viele Fackeln übrig, dann können wir einfach mal so, so, so und so machen. Und... Es geht nicht. Es geht... Es geht... Yay! Gut. Achja, und was ich... Euch erst in der Show zeigen werde, ist, was ich gerade im Kopf hatte. Ja. Ich verfluche euch. Ähm... Oh, dann kommt da noch eins hin. So, von dem Boden können die Fackeln dann weg. Ja, gut, Leitern haben wir dabei, ne? Ja. Dann brauchen wir jetzt noch ganz kurz ein paar Holztreppen. Na no, la la la. Na na, la la la. La la... La 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 la... Lala la... La 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 la... La la la... So... Dann... Ja komm, aus den 16 Holz machen wir uns auch nochmal eben viel, wir sehen jetzt hier Stück. Und daraus werden dann auch nochmal eben welche. So, die 8 Holz behalten wir mal. Denn es muss ja folgendermaßen ablaufen. Wir müssen da jetzt irgendwie gerade hochkommen. Und zwar ohne möglichst... Ach, dass wir die Zeiten waren so schön, als man hier nur noch so machen musste. Also, immer einen freilassen. Das war so schön damals. So. In der Beta 1.2, ja. Also für mich übrigens auf Minecraft, Minecraft hat es für mich in der Beta 1.2 Version angefangen. Da alle schon, ja, Minecraft, Minecraft, nein, mein Wunsch, scheiße. Und ja, dann habe ich es halt einfach mal ausprobiert. Und... Ich habe angefangen. Es ist mit den Monaten, die ich jetzt gespielt habe. Übrigens, ich spiele Minecraft jetzt seit gerade mal etwas mehr als 6 Monaten. Das muss man sich verfolgen. Minecraft ist ein so unglaublich geiles Spiel, dass es einem vorkommt, es schon so lange zu spielen. Es ist allerdings erst... Es ist allerdings erst ein paar Monate gespielt. Also ich habe Minecraft im Februar 2011 zum ersten Mal gespielt. Ja, wir brauchen jetzt noch ein bisschen Holz. Ein bisschen Holz. Denn sonst haut das hier nicht hin. Und Moment, da muss ich eben schauen, wo die Leiter ist. Ja, das war jetzt eigentlich nicht meine Absicht, aber... Hm, egal. So. Ja, lebt da alter Holz michu noch. Holz michu noch. X-